Die Musik ist sehr naiv. Ein bisschen infantile Oper. Und natürlich, das ist nicht so. Man muss etwas suchen. Nehmt sie euren Umsitz auf. Die andere interessante Sache ist natürlich für mich persönlich diese ganze tonalische Welt, diese Oper. Weil hier Mozart ist quasi immer in C-Dur. Viel, viel, viel C-Dur, viel G-Dur. Und das bringt natürlich auch eine besondere Farbe. Die Arbeit mit dem Orchester ist immer sehr klein und man muss verschiedene Entscheidungen schon am Anfang richtig entscheiden. Und die bleiben natürlich für die ganze Zeit. Und das ist sehr schwer zu entscheiden. Weil natürlich in Don Giovanni zum Beispiel, es ist so klar. Die Entscheidung ist relativ klar. Hier, man kann richtig viele Schlüssel finden. Wir haben Kinder auf der Bühne. Und das natürlich bringt eine junge Energie auf der Bühne. Und alle Papageno-Papagena-Stimmen, die sind auch relativ infantil. Und ich kann mir vorstellen, warum diese Oper so ein bisschen Kinder-Oper. Aber die richtigen Themen sind relativ schwer. Und Liebe hier ist sehr gefährlich. Und es gibt natürlich Sarasto und die Böse. Und es ist nicht so richtig Kinder-Oper. Und es ist nicht so richtig Kinder-Oper.